Yo Leute, was geht? Guten Tag ist wieder hier und ja, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ich grüße erstmal nochmal den Exotek von gestern oder alle Leute aus dem Stream war sehr korrekt von dem gestern und ja bevor es hier los geht Intro ab So, äh wir spielen wir spielen in Streams, halt äh Faktor warum bist du jetzt da? äh alles klar ja, sollen wir jetzt nicht gucken ähm, ja wir spielen jetzt Faktor eine Runde und jo eine Runde, zwei Runden, weiß nicht äh auf jeden Fall bedanke ich mich mal für eben so war es in 101 Abonnenten oder so ja, hundertein und ja ich denke mal kommt mein Ziel irgendwie immer näher mein Ziel bei mir dieses Jahr habe ich noch gar nicht preisgegeben aber 150 und das kann man eigentlich noch schaffen ähm ja ich sogar irgendwie neu ähm aber ich wollte irgendwas Wichtiges erzählen alter, was ist das? auf jeden Fall verlose ich ja eigentlich meine Maus aber das ist mir dann doch ein bisschen zu teuer deswegen nehme ich erstmal meine Tessertur ich habe noch eine ähm was ist das? Gigabyte Force K3 oder K13 weiß grad nicht ähm ich tue irgendwie irgendwo grad einen Karton weiß ich jetzt nicht ja Force K3 weiß ich jetzt nicht kann ich jetzt grad nicht lesen auf jeden Fall sowas ähm und ja um ihn zu gewinnen äh ist nicht schwer einfach nur ähm für den nächsten Stream ja aktiv sein äh nur zocken muss man nicht aber jetzt sagt nicht wieder oh Geld geil Minimum 5 Euro Spenden ja dann hat er schon mal qualifiziert Minimum weil die war ja auch nicht grad wirklich teuer äh teuer wahrscheinlich billig so ähm das war nicht so teuer aber ein Fuffi so und dann muss ich ja noch hier die scheiß Versendung und so bezahlen das hat auch kacke ist in der George schon wieder eine Reine geht wieder gar nichts was soll denn das weißt du ich war grad in der Party mit Exotik ne ich war grad die Begrüßung machen und dann schau ich da rein naja mhm was haben wir dann gestern Stream erreicht ich glaube im gestern nicht vorgestern erst mal Stummgewehr auf dir gehauen und damit auch die schöne An94 mein Baby ihr wisst bescheid und gestern haben wir alle Rüstungen falsch bekommen also für die Beserlisten das heißt jetzt kann ich die ganzen Gold-Auswahl machen wobei ich jetzt schon bei Ripper fertig bin mit Anzug und mit Helm und jetzt spiele ich ja grad erst mal Battery mit Kriegsmaschine dann wieder fehlen es noch drei Abschüsse mit der Kriegsmaschine und dann hab ich da auch schon den Gold-Anzug ziemlich gesuchter würde ich mal sagen aber ja warum Fraktur weil Fraktur Doppel-EP sonst würdest du ja nicht spielen ist eigentlich für mich ein No-Name äh Modus aber ist ja egal und das sind halt vielleicht die richtigen der Helm ist am C dann bin ich mir nicht sicher ob das auch noch Gold ist oder einfach nur Luck ah du bist scheiße ja gut aber heute halt ohne Stream weil gestern vorgestern ich hab ja zwei Prezis durchgesucht das war jetzt dann zwei, zehn oder keine Ahnung war elf Stunden Stream weiß es nicht alles klar ähm und ja das hängt heute nicht heute halt ein bisschen chilliger klar heute war ich vielleicht auch irgendwie so Level 30 plus oder so aber ich wollte ja nicht so rein suchen so da muss ich erstmal nochmal äh um das B-Stick suchen und das Video auf dem PC zu bekommen um das schön zu schneiden also das ist eigentlich eh ein Live-Kommenter das wird eigentlich eh nicht geschnitten also ich nein zumindest nicht das geht ja eh nicht über die zehn Minuten weil jeder weiß zehn Minuten Regeln ist halt besser nicht totaler Schwachsinn das ist da mein Aims auf jeden Fall noch nicht da ist jetzt auch erstmal meine zweite Runde Leute das ist mir nicht für übel dass ich jetzt auch nicht so abgehe ich brauch da halt echt so meine Stunden das kommt bei mir ich blockiere mich halt einfach hasse ich was ist gestern am Stil das ist einfach hinterher außer Kontrolle gegangen äh geraten also da waren so viele Leute drin ich hatte gar keinen Bock ich bin einfach rausgegangen die haben einfach so viel gelabert ey das ist im Kotzen war das vorgestern einfach viel besser wo ich nur mit Exotik gelabt hab war viel chilliger ich hab mich auch viel schneller voran als mit so vielen alter ist doch gut wahrscheinlich verschwindet der Schuss dann wobei ich ihn schon abgefoltert hab diese Logik in den Spielen ne das ist so behindert und ja die Zuschauer die mich schon länger kennen ähm fragen sich dann bestimmt ja warum bist du denn so schlecht an Black Ops 3 kann ich euch mal verraten weil ich von über ein Jahr fast gewohnt bin EW zu spielen ja und EW hat eine so viel leichtere Steuerung als Black Ops 3 okay das kann man sich nicht vorstellen und vor allem ich hau da nie raus in EW ne das ist krank nichts gestern meine erste 15 15er Guns Recon ah hallo ist das mal lächerlich feindlicher Zerboros unterwegs Drexier ist verlinnig feindlicher Geist wahrscheinlich feindlicher Geist oder? Hä? wir stehen voran der bitte da? ja alles klar weiss denn dort sind wir diese richtigen Leute ja? in Fraktur Hauptsache alles hier Geist Raps alter für mich würde es ja einfach um die Killcenter gehen ich werde Waffe machen und ich bin ein Drecks Punkteserien ey ja super ja super feindlicher Zerbäller ey in Fraktur Position wurde verliebt vor allem wer hat der mich gesehen? nein das ist so ein toter Winkel weißt du die von da drin könnte ich einfach easy sehen ne und du die nicht das ist so behindert ey diese Physik in dem Spiel krieg mich schon wieder auf hiervon hängt zu viel ab Einsatz ja warum spielst du ist denn ja weil es mir spaß macht trotzdem allen scheiß sachen tot zu Ende boah was für scheiß rush alter glückst du auf vier minuten zeit oder so vier fünf minuten ich soll zum kotzen ich weiß echt nicht wie lange es jetzt ging vielleicht solltet ihr nächstes mal ausgebildete Trocken schicken ja auf jeden Fall kann ich ja gucken wenn ich das spielzeuge das verstehe ja glaube ich die Zeit ähm wenn da jetzt kam vier fünf minuten dann dann ich weiß ja noch eine Folge das suchen war schon so lange dann kann ich ja ausschneiden ähm ja gucken wie lange jetzt die Zeit war ansonst wie geht's euch so äh ich weiß das macht zwar eh keiner und aber ich will jetzt trotzdem mal sagen weil das interessiert mich echt also wenn ihr bis hierhin mal geguckt habt dann schreibt doch mal bitte in den Kommentaren Hashtag Team Totality ja nur um zu wissen wie viel ihr habt das ist zu Ende gucken ja so Zeit natürlich Zeit 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 keine Zeit gut ähm ja dann beende ich die Folge für heute ähm ich weiß nicht wann ich das nächste mache also das nächste Video hm vielleicht sind wir auf jeden Fall wieder Sonntag oder Montag ähm ja muss ja nicht um den Klick auf zu sein wollen wir sehen naja also bewerte den Part und müssen ich mal stay brutal und müssen ich mal stay brutal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal naja mit wie anf bei viele wie